Traktor statt Pistenraupe. Ausgestattet mit Raupenlaufwerken und den Anbaugeräten von der Firma Müller Fahrzeugtechnik, verwandelt sich die landwirtschaftliche Zugmaschine zur schlagkräftigen Gesamtlösung für die Pflege von Langlaufläuten, Winterwanderwegen und Rodelbahnen. Das klingt nach einer spannenden Alternative zu teuren Spezialmaschinen. Wirtschaftliche Alternativen, die gerade in Zeiten von Schneemangel und immer kürzeren Wintern mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Doch funktioniert diese Technik auch im harten Dauereinsatz und kann man damit wirklich eine Pistenraupe ersetzen? Auf der Suche nach Antworten haben wir verschiedene Anwender in Österreich und der Schweiz besucht und ihnen bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Deine 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 Deine